Herr Minister, was ist denn passiert? Stellen Sie sich vor, Frau Junge, der Führer will, dass ich Berlin verlasse. Er hat mir den Befehl dazu gegeben. Ich habe noch nie einen Befehl des Führers zu widergehandelt, nie. Aber diesen Befehl werde ich nicht befolgen. Ich bleibe an der Seite des Führers. Bitte, Frau Junge. Ich muss Ihnen sofort mein persönliches Testament diktieren. Aber ich tippe gerade das Testament des Führers. Gut. Ich verstehe. Ich komme dann wieder auf Sie zu. Gut. 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 Gut.